Miles. Miles ist toll, Leute. Miles ist toll. Alter, das wird ja immer schlimmer hier. Hauptsache Flugzeuge fliegen noch am Himmel, ne? Alles scheißegal. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast. MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Nö. Juri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nicht. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Miau. Alter, das war ich. Also es war sehr intensiv. Ach, guck mal, wann hat er denn schon wieder? Danke, gruseliger Stalker. Weil du mir Aufgaben stellst? Krass, Alter. Wie kreativ. Krasser Name, ey. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein, ich weiß nur, dass wir uns für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst mich auf. Krass, Masker, ich melde mich gleich wieder, ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich muss mich mal eben hier einmischen. Entschuldigung. Ruf eigentlich zurück, hör mal, ne? Ruf einfach zurück. Dann, dann klären wir das später. Kein Problem. Wir reden nochmal drüber, ne? Spider-Man, willst du uns helfen? Nö, ich wollte eigentlich nur zuschauen. Dachte, es kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. So was wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluren. Neun Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Oh, guck mal, das, das, das steht jetzt gerade von alleine hochgeschwoben. Oh, 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 aha, aha, aha. Hm, Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich's isolieren. Alles klar. Er schließt einfach seinen Super-Heightech-Computer an, den er hinten am Arsch versteckt hat. Okay, äh. Was haben wir denn da schönes? Oh. Okay. Ah, lol, okay. Ich verstehe. Das hier. Ja, sicherlich. Mh, mh. Oskops modifiziertes CPF1. Definitiv der Teufelsatem. Mh, mh. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Okay. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Wahrscheinlich wird's eh die letzte sein, wie immer. Okay. Die Spur führt hoch in das Gebäude. WTF, Alter. Was tun wir hier gerade, Leute? Ich will doch einfach nur Peter sein. Und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen Leute probieren. Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Wird er jetzt wieder geschlichen? Das finde ich schön. Oh, gedämpftes Licht. Das finde ich schön. Untersuche Ottos Versteck. Alter, Otto, was ist nur mit dir passiert? Oh, Mann, Otto, ey. Oh, Mann, Otto, ey. Das stimmt. Haben wir ja schon am eigenen Leib erfahren können, ne? Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? Ey, das ist doch unfassbar, ne? Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Klar. Otto, Junge. Was machst du nur? Was haben wir denn hier? Alter, was hat der denn hier alles? Guck mal, die haben komplett von je... Offenbar hat Otto's Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Ganz schön ausgefuchst, ne? Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Er hat komplett alles für die an den Start gebracht. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst dem Kampfanzug entfliehen, der dich einkackt. Unfallswandel. Hey, der Otto labert einen Bullshit. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage. Mac Gargan. Auch genannt Skorpion. Auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen, war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Der hat ja richtig ganz schön ganz große Balls bekommen, der Otto, ne? Der hat ja richtig zugenommen, Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Jetzt wissen wir auch, wie er die in seine Fittiche bekommen hat. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Oh ja. Elektro. Den kann ich nicht abnehmen, der geht mir ein bisschen auf den Sack, Alter. Elektro-Junge. Der soll sich in eine Taschenlampe reinsetzen und Licht bringen oder so. Keine Ahnung. Aber der nervt. Ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Alter, der ist komplett durch. Der ist richtig am Ende, der Otto. Was ist das denn? Richtiger Otto ist das geworden. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht. Leer. Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Strom. Ups. Falsch. Geschafft. So, dann schauen wir doch mal. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Ostkorbgebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Alles klar. Dann wissen wir jetzt so gut, es geht Bescheid, ne? Otto hat einen an der Pflaume und wir sollten eigentlich, äh, einfach nach Hause gehen, ins Bett legen und weinen. Hä, Untersucher und das Versteck haben wir noch gemacht. WTF. Was seht denn da noch? Skorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen, noch Spielschulden. Schön, ne? Vorteile über Vorteile. Ist das nicht der Wahnsinn, Freunde? Ah, guck mal hier. Da fehlt noch was. Haben wir noch nicht gesehen. Elektros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Habe ich mir auch schon immer gewünscht, reine Energie zu sein. Immer. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Vorne. Norman, egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie, wie böse. Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Oh ja. Ach Otto, Alter. Der musste ihn ja richtig hassen, ne? Oskorb schlängelt sich durch die ganze Stadt. Wie viele Männer braucht Martin wurde verhaftet. Das ist meine letzte Aufnahme, Peter. Falls Sie dies hören, bitte glauben Sie mir, dass ich das Richtige tun wollte. Es war vielleicht extrem. Peter? Aber wenn es um Norman geht, kommt man mit Halbheiten nicht weiter. Ich riskiere mit diesem Schritt sehr viel. Aber der Verlust unserer Freundschaft ist für mich das Schlimmste. Ich hoffe, dass, falls wir uns wiedersehen, wir nicht auf verschiedenen Seiten stehen. Mhm. Haben wir ja gemerkt, ne? Also, nur mal so. Immer noch was vergessen. Alter. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Ach so, jedes einzelne Lee, alles klar. Heu, leise, Otto. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oskorb. Und wohl auch auf Norman. Skorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oskorb. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Elektro zerstört Oskorb-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Immer noch was vergessen. Eine Kiste. Eine Kiste, Freunde. Warte, wir haben das ganze... Wir haben das ganze Labor umgekrempelt, Mann. Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Martin braucht kein Hilfe, um das Artikel herumzusichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Ha? Ja, guten Tag. Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Äh... 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 Viel verkehrt! Hör zu! Ich will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oskops Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, wäre ich... Mir geht's gut. Alles cool. Okay. Bis bald, MJ. Oh nein. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Oh oh. Haben wir ein Date? Oh ja. Wir haben ein Date. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar. Wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmt, Electro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Bam, Junge. Oh, der will halt stressen. Wow. Blixer. Ein bisschen zu einfach. Wie? Du bist dran. Was? Hey, Adrian. Ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gabrable? Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fäde endet heute, Insekt. Echt? Fäde? Das will ich sehen, Alter. Ich dachte, es wäre geben und nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Jungs, das geht hier gerade ab. Die kämpfen einfach zu zweit gegen mich. Wollt ihr mich verarschen? Nicht mal fair, könnt ihr kämpfen? Kannst du mal still bleiben? Boah, Alter. Okay, ich sehe es schon. Wo ist er? So, das ist jetzt meine Chance. Komm mal ran hier, du. Wir haben einen fucking Finisher ausgeführt. Der ist immer noch am Start. Ich meine, klar. Wäre ein bisschen easy, ne? Boah, Alter. Boah, Alter. Alter, der weicht halt immer aus. Komm schon, du Memme. Komm schon, Baby. Oh, jetzt will er wieder spielen. Jetzt will er wieder küppeln. Ach, komm schon, Baby. Juhu. Mal im Ernst. Es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Verblüffen, wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? Zack. Ist mit mir mein Volk. Beweisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser. Klar. Oh, fuck. Das war weh. Das hat geshoppt. Oh. Jawohl. Jawohl. Wieder, wieder abhauen, ne? Kleine Pisser. Wow, Alter. Ich hab nix gesagt. Alles cool. Ey, ich bin da dabei. Jawohl. Volle, Pulle. Okay, Fokus-Leist ist voll. Ups, Alter. Stupsi, wups. Oh, nö. Er schon wieder mit seinem Dynamo, Alter. Mann, 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 ey. Hey. Das hat voll, das hat voll weh, Mann. Voll nicht scheiße. Jojo-Effekt. Er kommt jetzt auch noch aufs Sandwich oder was? Doof gelaufen, ne? Echt? Das sieht aber nicht so aus. Oh Gott. Aus dem Weg mit dir, mein Freund. Ich will ja nicht dunken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Alter, ich muss mal den Elektro wieder kriegen. Was ist hier gerade? Ich seh nichts. Woop. Au. Was ist das? Ja, jetzt doch. Nein. Okay, das ist gar nicht gut. Halt. Okay. Jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Alter, der haut halt wieder ab. Komm schon. Alter. Ihr geht mir hart auf den Sack, ihr Pisser. Schieß doch mal den anderen ab, hier. Komm schon, Baby. Komm, ich soll abbauen, weißt du? Ach, leg mich doch am Arsch, Alter. Oh, nö. Dann haben wir gleich. Kein Problem. Kein Problem. Alter, die sind ja richtig arg hoch. Heilige Scheiße. Geh mal los. Komm schon, Alter. Wie oft jetzt noch? Alter, das gibt's doch nicht. Das Ding auf jeden Fall kaputt machen. Jawohl, endlich mal, Alter. Ja, will ich mal hoffen. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Das gibt's doch nicht. Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Letzter Walzer, echt? Merkt man gar nicht von. Entschuldigung, ich wollte noch mal kurz zu spielen, ich muss ihn betäuben oder überrumpeln. Ja, ich bin auch dabei, Mann. Nächstes Mal bist du dran. Moment mal. Ich muss zu ihm ran und ihm den Rest geben. Jetzt aber, komm schon. Aus dem Weg. Gander, Freundchen. Wuhu. Ich würde sagen, es ist eine Zeit, jetzt mal kurz seine Klappe zu halten. Einfach mal ein bisschen ruhig zu sein. Ne? Was ist los? Otto sein Versprechen gehalten oder was? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Klar. Der Kampf wäre nichts für mich, ja. War jetzt auch ein bisschen anstrengend, aber hat sich ja ausgezahlt, ne? Die Geduld. So, ich hoffe, die halten jetzt auch mal ihre Klappe und kommen jetzt auch nicht mehr wieder. So. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ja, eben. Ich auch. Mann. Die können sich doch nicht einfach verbünden, Mann. Das können die doch nicht bringen, ey. Aber ich hoffe, die beiden haben wir jetzt schon mal in die Wüste geschickt. Wäre zumindest schön. Hat der jetzt gepennt? Oh Mann. Du hast gepennt, Junge. Es brennt einfach immer noch alles. Alter. Ich muss Juri Bescheid sagen. Er muss Juri Bescheid sagen. Der ist direkt wieder im Modus drin, weißt du? Er ist direkt wieder im Modus drin, Alter. Das gibt es doch nicht. So, was haben wir denn hier? Drücke L1 und R1, um Raketen auf Gegner zurückzuwerfen. Das ist ja schön, ne? Was ist das hier? Luft- oder Angriffe. Schleudergegner in der Nähe zurück. Die Aufladezeit zwischen den Einsätzen ist kurz. Verteidiger, warte mal. Kann ich nicht irgendwie Leben schneller wieder auffüllen? Geht irgendwie gar nicht, ne? Besser den Netzschlag. Leben auffüllen geht hier gar nicht, ne? Gar, ich nehm einfach das hier. Drücke 4 und in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonus-Fokus zu generieren. Okay. Ist deine Gesundheit unter die Hälfte gesunken, generieren Angriff schneller als Fokus. Alles klar. Juri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch 4. Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch 4. Also, er ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Walscher und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Äh, nö. Aber das Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Alles in Ordnung. Die Frage ist, was machen die Polizei eigentlich? Haben wir eigentlich sowas wie Militär hier? Haben wir irgendwas anderes außer mich? Außer Spider-Man? Also, oh ne, er schon wieder. Junge, der hat auch echt Langeweile, ne? Hä, das hatten wir doch schon. Weil du mir Aufgaben stellst? Achso, wir hatten ja vorhin weggedrückt, stimmt. Kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. In der Stadt gibt es jetzt zusätzliche Herausforderungstüren. Ja klar, natürlich, warum nicht? Sicher. Ich hab' ja sonst noch nicht genug am Hut hier, ne? Bei der Suche nach Spider-Man? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Hier kommen irgendwelche Leute rein. Ähm, ballern komplette Atomkraftwerke. Das wollte ich nicht fragen. Dann reißen die noch Gebäude ein. Gut, aber ich bin ja derjenige, der Schuld hat, ne? Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tu lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt. Miles, du bist ein guter, du bist ein geiler Typ, Mann. Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Ja, das stimmt. Danke, Miles. Grüß' May von mir. Und passt auf. Schau mal diesen Park an, Alter. Wie die alle hier drin leben, Mann. Aber wo ist Skorpion? Das seh ich mir genau an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpion-Kostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ah! Taschchen! Ja! Alter. Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt. Und er will dich faltern. Das respektiere ich. Wollen wir mal sehen, wer hier wehenvollsat, ne? Was hat er mir da gespritzt? Oh nein. Oh nein. Ich will nicht blind sein. Was ist denn jetzt? Was zum... Ist das ein See aus Gift? Alles klar. Wir halluzinieren. Muss das Gift sein? Aber ich darf kein Risiko eingehen. Was geht denn jetzt? Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Okay, wir sollten wahrscheinlich das Gift nicht berühren, ne? Wäre ein bisschen doof. Aber erstmal analysieren. Klar, natürlich. Easy. Okay. Hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren. Und ein Gegengift mischen. Eindeutig schwanger. Ganz klar. Skorpion hat es verbessert. Oh nein. Ey, wir sind hier mega vergiftet und sollen uns hier Fragmentel auflösen, oder was? Willst du mich verarschen? Okay. Äh. Nein. Wobei doch. Och Kevin, Mensch. Was machst du denn da? Was machst du denn da? So. Runtert hier. Bam. Beruhigen sie sich. Halluzinogenes Nervengift. Ja, ist sicher. Mein Gehirn ist auch sofort aufgekommen, Alter. Wie mein Körper für echt hält. Schnell. Ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extra. Können wir nicht einfach die Alba-Planze heute gehen? Das ESO-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Halt einfach durch, Peter, Mann. Alles wird cool. Oh lol. Das wird mehr. Das wird mehr Wasser. Oh oh. Scheiße. Gar nicht gut. Ein bisschen Tempo vielleicht? Da ist das Gewächshaus. Im Gewächshaus sollte ich Eclipter Alba finden. Da ist sie. Oh nö, komm. Jetzt auf den letzten Metern, Alter. Äh, getötet. Weg. Aufgegessen. Hat's versteckt. Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Huch. Das sind ihr stärker werdende Halluzinationen. Was geht's hier ab, Alter? Wir hätten nicht so lange streamen dürfen, Leute. Wir hätten nicht so lange am Stück spielen dürfen. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da. Aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz meins. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie. Irgendwie. Ach, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weiterbehalten lässt, wenn die Lage düster wirkt. Ich werde sie vermissen. Bitte. Alter. Tut mir leid, Doc. Da ist der Clip, der Alba. Jetzt aber, komm. Da. Ah. What? What? Ähm. Ich kann nichts machen. Ganz kurz. Die Pflänze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstationen entwickelt ein synthetisches Atropin. Nimmt der Albtraum denn niemals sein Ende? Alles klar. Klar. Alles echt. Alles echt. Das ist die eigentliche Welt. Oh mein Gott. Woher hast du diese Nummer? Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ich hab noch was vor. Nehmt keine Drogen. Nein. Niemals. Alter. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac? Aber sowas von. Halt deine Schnauze. Wenn du dein scheiß Gift nicht hättest, dann wärst du nix, Junge. Trauriges Tröpfchen. Ich will gar nicht wissen, was Freud dazu sagen würde. Im Becken. Okay, fast da. Alter. Da ist die Forschungsstation. Ich brauch das Atropin. Ich muss in die Station. Rein da. Das Atropin ist da. Ach, nö. Jetzt hängt der schon wieder an, rumzuwackeln, Alter. Das gibt's doch wohl nicht. Don't swing and drive. Äh, nee. Don't drink. Das Atropin ist weg. So. Schwing and drive. Alles klar. Wo sind wir jetzt wieder? Ja, sicher. Auf ein neues. Ab in den Octavius-Vergnügungspark. Ach, guck mal hier. Wie schön. Du kommst zu spät. Wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht sie, Doc. Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das... Hä? Hä? Äh... Okay. Don't drink and swing. Das ist echt ein wenig too much. Ja, also... Ist halt ein richtig krasser Trip, ne? Du kommst zu spät. Wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht sie, Doc. Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemandem. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alles klar. Alle um dich herum leiden. Ist okay, Otto. Ist okay. Mach Jusu. Ich versuch's. Ich will nichts von dir. Dieter, komm. Wir sind stärker, Mann. Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Wir sind doch viel stärker, Mann. Du bringst nur Schmerz. Hören Sie auf. Ich gebe Sie nicht auf. Bitte reden Sie mit mir. Ich kann helfen. Leben wir noch? Sind wir noch auf Twitch? Hallo? Oder YouTube? Was passiert mit uns, Leute? Was zum Teufel passiert hier mit uns? Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Ja, dann aber hoff jetzt hier. Aber hoff. Na, Mann. Du hast der Halt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinge, keine Sorge. Wir müssen uns kommen auf. Wir sind uns schon sehr bald wiedersehen. War ja klar. Alter, was ist denn hier los? Oh, mein Gott. Komm, wir sind doch fast da. Wow. Wow. What? Ich habe es. Nein, 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 nein. Hä? Aber mir geht die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Ja, dann mach doch hin, der Mensch. Für das verbrannte Curry, für Jeff. Alles klar. Er läuft erst mal richtig entspannt in die Tür rein. Ist okay. Ist okay, Peter, ne? Endlich. Das echte Labor. Keine Halluzination mehr. Klar. Natürlich. Es war so klar. Komm, steh auf jetzt. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehen. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld. Ich wusste, du lachst über mich. Ihr alle, hinter meinem Rücken. Meinst du, ich vergesse dich? Skorpion, bist du echt? Halt steh. Dann weißt du's. Das ist meine Chance. Okay. Let's go. Dann wollen wir doch mal. Auch wenn es nicht echt ist. Noch ein Halluzination. Wow, toll. Zumindest mit imaginärem Glaskin. Toll. Komm schon, pass auf, ja. Hab's gesehen. Äh. Das wird nicht einfach. Äh, what? Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch. Alter, what? Einer weniger. Okay. Du bist ein Loser. Und du wirst immer einer sein. Ich darf nicht auf ihn hören. Holy fuck, Alter. Wenn er anhält, kann ich ihn treffen, Kapit. Okay, noch einer weniger. Sehr schön. Na los. Nur noch ein paar. Nur noch ein paar, ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Alter. Komm schon. Noch einer weniger. Jawoll. Nicht so einfach mit mir, Mann. Holler Held. Alle um dich herum lachen. Das ist wie mit Internet-Trollen. Man haut einen um. Und der nächste kommt. Noch einer. Komm schon. Wo bist du? Mama, knapp du. Wenn ich da lange wäre, wäre ich auch in eine Kugel gesprungen. Meine innere Stimme ist echt nicht drauf. Halt dich, ich fresse. Kannst du nicht mal, Alter. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Ja, die Zentrifuge, die ich brauche. Ist es dann jetzt wirklich mal das echte, bitte? Endlich. Ich spüre. Bitte. Hä? Das sollte reichen. Hä? Äh. Das war wohl etwas zu viel, die Kontaminierung. Ich ziehe mir lieber was an. Viel besser. Ich lege dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Alles klar. Hat keiner gesehen. Ähm. Wir haben einfach eine Spider-Man-Unterhose an. Ich meine, da wir sehr lange in unserem Apartment oder sonst wo nicht mehr waren, will ich gar nicht wissen, wie fest die an diesem Körper klebt. Wahrscheinlich hast du mehr an der Hose dran, wenn du die abziehst, als am Körper. So. Nett. So, haben wir den Scorpio jetzt eigentlich besiegt, oder? Oder was ist passiert? Das war ja mega übertrieben, Alter. Oh. Kann er wohl nicht angehen, ey. Da geht mir einer ab. Alles klar, Talin. Gönn dir. Klar, warum auch nicht, ne? Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Ich glaub, Scorpio haben wir jetzt down, oder? Können wir skillen? Zwei Skillpunkte haben wir. Ich glaub, ich nehm die mal. Zack. Bam, Baby. So. Nimmst du die nächsten drei Monate im Voraus auf. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ist halt ne fette Session, Mann. Ne fette, fette, fette Session. Aber ich denke, ich werde jetzt so langsam mal mit Spider-Man Schluss machen. Und werde, äh, mal ein bisschen entspannen, jetzt mal kurz, ein kleines Poissi nochmal kurz machen. Was will er denn jetzt schon wieder? Was wollen die denn hier? Alter. Also bleiben jetzt noch drei, oder? Wie ich's verstanden hab. Der Rhino. Wenn wir jetzt Scorpio wirklich weg haben vom Fenster, ne? An alle Agenten sind Penderloin. Wie lautet ihr Status? Geh mal hier aufs Gebäude. So. Juri, eine Gruppe Ausbrecher hat offenbar ne ziemliche Menge Feuerwaffen in die Finger gekriegt. Wir gehen mal hier aufs Empire State Building. Zack. Und dann würde ich sagen, auch wenn ihr wieder auf mich schießen wollt, natürlich, klar, was auch sonst. Wenn da oben jetzt Touristen sind, ne? Dann ist es das Unrealistischste, was ich jemals gesehen hab. Als ob da oben jetzt, wenn hier die ganze Stadt am Arsch ist, Touristen rumrennen, weißt du? Ich wollte schon sagen. Aber okay. Ich wollte schon sagen. Wir sind keine Terroristen. Natürlich sind wir keine Terroristen. MJ, hey. Darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh, wow. Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, ja? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kattest, noch da ist oder nicht. Kennt er die nicht? Oder ob er jemals da war. Ja. Die Theoristen. Ja. Danke, MJ. Hey, ich muss über einiges nachdenken. Rufe mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. So, alter, ed ist wirklich spät. Man merkt das überhaupt nicht, ne? Two, Touristen. Two, two reisen. Two reisen meine ich natürlich. Touristen, Theoristen. Alles klar. Die Theoristen. Wer kennst du nicht, ne? Ich glaube jetzt spätestens... Alter, die ganze Stadt brennt, man. Guck mal da, der scheiß fucking Avengers Tower. Weißt du, der steht da einfach rum, interessiert keine Sau so, weißt du? Wir sind hier einfach ganz alleine, ganz entspannt. Toll. Wir machen jetzt manuelles Speichern. Und ich würde sagen, Freunde, damit finden wir mit Spider-Man heute erstmal ein Ende. Elf Stunden und 19 Minuten haben wir jetzt fast Spider-Man gespielt. Oh mein Gott. Aber, ähm, Andi, Leute bei YouTube, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich muss mir Skorpion schnappen, aber... Hä? Ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ich dachte, wir haben ihn schon. Und ein kleiner Halbbar Fies sollte drin sein. Alter. Okay. Hä? Ich habe doch gespeichert, Alter. Natürlich habe ich gespeichert. Warum hat der denn jetzt nicht gespeichert? Ja. Okay. Entschuldigung. Aber ich glaube, er hätte auch so gespeichert. Also alles cool. Vielen, vielen Dank trotzdem. So. Ich verabschiede mich auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin derjen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. I will not be so gentle. Girl, problems again.